Langhaarkolli. Heute dreht sich alles um den Langhaarkolli. Ich habe für dich die zehn wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den Langhaarkolli vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der Langhaarkolli, auch Rough Collie oder schottischer Schäferhund genannt, ist eine elegante und intelligente Hunderasse, die ihren Ursprung in Schottland hat. Bekannt geworden durch die berühmte Fernsehhündin Lassie hat sich der Langhaarkolli als treuer Familienhund und vielseitiger Arbeitshund etabliert. In diesem Hunderasseporträt erfährst du mehr über diese charmante Hunderasse und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des Langhaarkollis. Der Langhaarkolli hat seinen Ursprung in den schottischen Highlands, wo er als Hütehund für Schafe eingesetzt wurde. Diese Rasse ist das Ergebnis von Zuchtversuchen, um einen schnellen, ausdauernden und intelligenten Hütehund zu schaffen. Der Langhaarkolli wurde im 19. Jahrhundert auch in England und den USA populär und hat seither viele Menschen mit seinem anmutigen Erscheinungsbild und seinem freundlichen Wesen begeistert. Wesenszüge und Charaktereigenschaften. Der Langhaarkolli ist ein sanftmütiger, freundlicher und intelligenter Hund, der sich gut als Familienhund eignet. Er ist loyal und anhänglich gegenüber seinen Menschen, wachsam und dennoch gutmütig. Diese Rasse zeigt einen ausgeprägten Hütetrieb, der sie zu guten Wach- und Schutzhunden macht. Sie sind sozial und vertragen sich gut mit anderen Hunden und Haustieren. Passt der Langhaarkolli zu mir? Der Langhaarkolli ist ein ausgezeichneter Familienhund, der sich gut für Hundeanfänger eignet. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass diese Rasse regelmäßige, körperliche und geistige Auslastung benötigt. Langhaarkollis eignen sich auch für Hundesportarten wie Agility, Obedience oder Flyball. Wenn du einen Langhaarkolli in deiner Familie aufnehmen möchtest, solltest du mit einem Preis von 800 bis 1500 Euro rechnen, wenn du ihn von einem seriösen Züchter kaufst. Wie halte ich einen Langhaarkolli? Erziehung und Entwicklung des Welpen Langhaarkollis sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Mit einer liebevollen, konsequenten Erziehung und Sozialisierung werden sie zu treuen und folgsamen Begleitern. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hundevideos mehr. So, machen wir weiter. Wie viel Beschäftigung braucht der Langhaarkolli? Der Langhaarkolli benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Sie lieben es, bei Spaziergängen, Wanderungen oder beim Laufen aktiv zu sein. Auch Hundesportarten wie Agility oder Obedience können eine gute Möglichkeit sein, den Hund zu beschäftigen und auszulasten. Ihr Hütetrieb kann in Hundsportarten wie Treibball oder Herding Events kanalisiert werden. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des Langhaarkollis ist moderat bis aufwendig, da das lange, dichte Fell regelmäßig gebürstet werden sollte, um Verfilzungen und übermäßiges Haaren zu vermeiden. Achte darauf, Ohren und Augen regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen. Die Rasse kann anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Hüftdysplasie, progressive Retinaatropie, PRA und MDR1-Defekt. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Die Berühmtheit des Langhaarkollis ist eng mit der fiktiven Hündin Lassie verbunden, die in einer Vielzahl von Filmen und Fernsehserien zu sehen war. Lassie wurde als treue, intelligente und mutige Hündin dargestellt, die immer bereit war, ihre Familie und Freunde zu beschützen. Diese Darstellung hat dazu beigetragen, das Image des Langhaarkollis als liebevollen und treuen Begleiter zu festigen. In der Realität sind Langhaarkollis ebenso treue und intelligente Hunde, die sich als Familienhunde, Therapiehunde und Arbeits- und Sporthunde eignen. Ihre natürlichen Fähigkeiten und ihr freundliches Wesen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für viele verschiedene Aufgaben und Lebensstile. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum Langhaarkolli. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hundefantastisch.